Nicht nur in Großbritannien, sondern auch bei seinen anderen Stationen will der US-Präsident die Rolle der USA in der Welt nach der Trump-Ära neu definieren. Welche Ziele er dabei verfolgt, berichtet aus Washington unsere Korrespondentin Inka P. US-Präsident Joe Biden will bei seiner Reise klar machen, dass er zu seinen europäischen Partnern steht. Er will das Vertrauen in die USA wieder stärken, das unter Ex-Präsident Donald Trump gelitten hat. Joe Biden trifft mehr als 30 Staats- und Regierungschefs und wird da betonen, wie wichtig der Zusammenhalt demokratischer Bündnisse und Institutionen ist. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie, den Klimawandel, aber vor allem auch im Kampf gegen die Bedrohung von mächtigen autokratischen Gegnern wie China und Russland. Biden will, dass sich die USA gemeinsam mit europäischen Partnern klar gegen Autokraten positionieren. Daher ist es auch kein Zufall, dass der US-Präsident erst am Ende seiner Reise den russischen Staatschef Wladimir Putin trifft. Biden hofft in der Konfrontation mit Russland auf Rückenwind vom demokratischen Block.